Mir fällt immer wieder auf, dass auch die Menschen, die noch mehr oder weniger in der MATRIX drin hängen, absolut ihre Prozesse haben. Natürlich sind die sehr individuell. Ich meine, sie hängen da drin, mehr oder weniger, und das ist natürlich unbewusst. Mir ist bewusst, wären sie ja da so nicht mehr verstrickt und eingewogen. Dennoch laufen die Prozesse. Auch bei den Kindern, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Kinder hier vollkommen frei angekommen sind. Da sind auch einige hier, die haben natürlich karmisch noch was zu lösen, und es läuft. Und ich sehe tatsächlich, dass die Menschen auch in ihre Kraft kommen. Ihre Prozesse laufen ja auf das hinaus. Ich meine, das Göttliche in uns, dann sind wir automatisch in der gesunden Selbstliebe, im gesunden Selbstwertgefühl, in der gesunden Selbstermächtigung, kommen immer mehr in unsere Kraft. Natürlich gibt es diverse Versuche, das zu verhindern, das ist schon klar, und die laufen alle. Und ich finde es auch erschreckend, ich nenne ja keine Namen, tatsächlich selbst auch im beruflichen Kontext, wie viele auch Psychopharmaka nehmen. Und was das immer bedeutet, auch wenn es natürlich da auch Abstufungen gibt. Das ist sowas von hinderlich, um in diese Verbundenheit und in die göttliche Kraft und göttliche Selbstermächtigung zu gelangen, zu kommen. Und klar, da ich es auf YouTube auch hochladen will, werde ich jetzt nicht mehr dazu sagen, weil ich denke, wo es herkommt und warum, ist jedem, der da jetzt hier mal reinhört, klar, da muss ich mich gar nicht zu äußern. Ich sage ja nicht, dass es nicht auch pflanzliche Substanzen geben kann, die wirklich helfen können. Und auch immer noch, das sind ja doch nicht alle da angekommen, weit gefehlt, es fängt ja gerade erst an, alles, das Ganze. Ich nenne es mal, erwachen. Aufstieg ist immer so ein Wort. Natürlich sind da einige, die sind auch schon wirklich in anderen Sphären und auch stabil da drin. In Höheren, also ich rede jetzt ja nicht von dem da drunter. Gut, ich will es gar nicht zu lange machen. Ich bin auch müde, denn ja, Besuch bedeutet auch immer, ja, der umzugshilfreiche Besuch bedeutet auch immer, ja, wenn man dann arbeitet und die Arbeit, da sind auch viele Menschen, die was möchten. Und dann ist das ja tatsächlich manchmal auch noch zusätzlich, ja, ich sage jetzt nicht anstrengend. Es ist ja auch schön, aber eben doch, ja, einfach, ich gehöre schon noch zu denen. Wenn ich jetzt nicht diese Arbeit noch verrichten würde in den alten Systemen, bräuchte ich gar nicht so viel Schlaf. Aber so brauche ich eigentlich meistens auch meinen Schlaf. Zur Zeit noch. Und etwas Persönliches noch. Vielleicht, ich meine, ich bin ja nicht die Einzige. Ich bin ja, man ist ja nie der einzige Mensch, der von irgendwas betroffen ist. Aber natürlich sind die Dinge oft auch sehr individuell. So gleich sind wir eben doch nicht alle, auch wenn wir in manchen Punkten alle. Es gibt schon Punkte, wo die meisten Menschen ziemlich gleich sind. Aber eben, wir sind auch sehr verschieden. Leben ist Vielfalt. Ich habe gestern so gedacht und ja, auch irgendwie nochmal, ja, über Nacht, dass ich diesen Part nicht mehr möchte. Denn es ist tatsächlich so, das hat etwas mit einem Seelenanteil von mir zu tun. Und das ist ja eigentlich was Wunderschönes. Ich kam ins System und da kam wirklich Leben rein. Und ich meine, ich selber habe es gar nicht verwirklicht. Das darf sich jetzt mal ändern. Aber Frauen, die Blockaden hatten, die hatten dann auf einmal den Mut, auf Partnerschaft sich wirklich ganz einzulassen, sich für Kinder zu öffnen, wurden um mich herum schwanger. Das ist nicht übertrieben. Also es ist nicht irgendwie, es bildete sich ein, die spinnt wohl. Sondern es hat was mit einem Seelenanteil von mir zu tun, der, ja, der einfach so, ich sag mal, lebenspendend war und ist. Was nicht hieß, dass ich über meine eigenen Blockaden manchmal gar nicht hinauskam. Das sind, so gesehen ist es nicht immer wie innen, so außen. Natürlich schon, aber es ist schon möglich, dass man für andere sonst was sieht und auch da Kanal geben kann. Und bei sich selber, wenn man irgendwelche Entscheidungen unbewusst gar nicht getroffen hat, der Kanal sich nicht öffnet und irgendwas sich erstmal nicht frei löst. Möglich ist wirklich sehr vieles. Es ist vieles möglich. Ja, und eine andere eben krasse Sache, die zu meiner Lebensaufgabe gehört und die tatsächlich fast, so lange ich denken kann, ja, zumindest schon als Teenager, ein Part von mir war, für mich von mir. Ich sehe die Punkte der Menschen. Ich sag ja nicht, dass ich nicht auch mal was übersehe oder mich auch mal geirrt haben kann oder auch mal etwas übersteigert gesehen haben kann. Aber ich sehe den Menschen ins Herz und ich sehe die Blockaden, die Wunden. Ja, das ist eine Gabe. Und ich hatte keine Lust mehr. Ich habe wirklich gesagt, ich möchte jetzt alles neu und diesen Part möchte ich irgendwie gar nicht mehr. Höchstens beruflich für Kinder und Jugendliche. Und dann habe ich heute selbst für die Zwillinge aus Deutschland, da ist nämlich auch viel los. Es ist möglicherweise auch karmisch. Vielleicht haben sie in einem Leben mal Liebe sehr in den Sand gesetzt und es ist sehr dran, dass sie einfach in diesem Leben da drüber gehen und ja, sich bedingungslos lieben. Da stehen sie natürlich noch jetzt noch längst nicht. Da habe ich auch mal gemerkt, wie viel schwieriges Potenzial in diesem Zwillingspärchen tatsächlich drin ist. Denn ich meine, wenn ich nur den Jungen habe, bei mir ist der wunderbar. Wieder auch ein Zeichen. Wie ein Kind war es schwierig, schwierig, schwierig. Der Böse, der Böse, der Böse. Bei einem Menschen, der ihn annimmt, der dieses goldene Potenzial in ihm sieht, der ihm liebevoll und annehmend begegnet, aber auch liebevoll bestimmt Grenzen setzt, wie er da ein ganz anderer ist. Das ist ein wunderbarer Junge mit einem goldenen Grund im Herzen. Und wirklich, trotz des ganzen Schwierigen drumherum, ja, diese Hüllen, diese Schalen, da darf er sich eben auch noch pellen, sozusagen. Die Zwiebel. Ja, aber ich habe eben auch gesehen, jetzt einfach in der Konstellation miteinander und das war für mich so ein Zeichen, wenn es die Lebensaufgabe ist, dann ist es einfach auch nicht richtig und nicht dran einfach zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Aber der schöne Unterschied ist, auch wenn man eben jetzt Kanal ist und ich glaube, dass das nicht nur mich betrifft, man hängt nicht mehr so drin, man wird nicht mehr so reingezogen. Ich trage nichts mehr mit aus. So wie früher tatsächlich oftmals. Es bleibt auch nichts mehr in mir hängen oder so. Es ist eben einerseits außerhalb von mir, aber andererseits, ich meine, eins sein, ja. Diese Trennung ist Illusion. Einsheit, all eins. Aber es geschieht eben tatsächlich, ich sage mal, ohne, dass ich Stress bekomme. Das ist eine ganz andere Qualität jetzt schon, wenn ich sozusagen die Dinge sehe und sie dadurch ihre Punkte auch mehr und mehr zeigen. Und zwar nicht nur Kinder und Jugendliche, Erwachsene, nur Menschen einfach. Und dadurch aber auch dahinschauen können und dann Freilösung, die Blockaden auch fallen können, Licht da reinkommt und Bewusstheit erwachen, dann ist das einfach so, ich meine, es muss niemand Danke sagen, aber dass es für mich absolut so abläuft, naja, was ist absolut, aber eben einfach mehr und mehr so abläuft, dass ich nicht mehr Projektionsfläche werde. Ja, genau. Ja, und das ist doch wunderbar. Und dann, ich sage mal, verweigere ich auch nicht diesen Teil meiner Lebensaufgabe, weil das im Grunde genommen sowieso nicht funktioniert, wenn das der Plan war, wenn man das sozusagen vorher abgemacht hat. Dann gibt es immer Probleme, wenn man auf einmal daherkommt und sagt, nö, ich mag nicht mehr. Und schon gar nicht jetzt in dieser Zeit, wo das alles ja noch wichtig ist und noch dran ist. Herzlichen Gruß. Herzlichen Gruß.